Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop hat für alle Kaffeeliebhaber eine schöne Überraschung parat. Die neue Packung von Jubilor Bohnenkaffee. Schöne daran ist nicht nur die aromaschützende Packung, noch viel interessanter für alle Kaffeeliebhaber sind die Buchstaben hier auf dieser neuen Jubilor Packung. Warum? Ganz einfach. Mit diesen Buchstaben können Sie auf dieser Weltkarte genau ablesen, aus welchem Land der Kaffee kommt, das in dieser feinen Jubilormischung drin ist. Alles edle Hochland-Kaffee, zum Beispiel aus Guatemala, Costa Rica, Salvador, Kolumbien und Ostafrika. Coop sucht aber speziell für die Jubilormischung die allerbesten Kaffeequalitäten aus, von ausgewählten Hochlandplantagen. Darum kauft Coop in den Ländern ein, wo der beste Kaffee wächst. Was immer gleich bleibt, ist die Qualität und das vorzügliche Aroma vom Coop Bohnenkaffee. Dafür sorgen zum Beispiel die Qualitätsprobe direkt aus der Kaffeesäcke im Moment, wo Sie bei Coop angekommen sind. Die erfahrenen Kaffeeexperten von Coop stellen mit sicherem Geschmack aus den verschiedenen Kaffeesorten die richtige Mischung zusammen. Und die grosse Kunst des Coop-Röstmeisters ist es dann, die Rösttemperatur und die Röstzeit richtig zu dosieren. 10 bis 12 Minuten wird der Kaffee sorgfältig geröstet. Dann werden die Bohnen auf dem Sieb abgekühlt. Jetzt ist ein Coop-Kaffee, wie Sie ihn kennen, röstfrisch, herrlich duftend und hoch aromatisch. Sie sehen, Coop unternimmt alles, um Ihnen eine erstklassige Kaffeekalität anzubieten. Und eine Konsumenteninformation, die Sie noch besser informiert. So, das wäre es. Auf Wiedersehen. Am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Liter Happy Day Orangensaft, statt 2,40 nur 1,80 Franken. Und 2 Liter Happy Day Gräbfrüensaft, statt 2,40 nur 1,80 Franken. Jede von diesen Midi-Confitüren im 1-Kilogramm-Glas gibt es jetzt bei Coop 50 Rappen günstiger. Eine Familienpackung Bombschips Natur, statt 4,25 nur 2,90 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Frischbackbutterzopf an 400 Gramm, statt 1,90 Franken, nur 1,60 Franken. Und als aktueller Preisschlager die Bubenslip in verschiedenen Farben, 3 Stück für nur 5 Franken. Und die Maitlislip in verschiedenen Farben, 4 Stück für nur 5 Franken. Für alle Coop-Migrida gibt es jetzt die qualitativ hochwertige Satrap-Kaffeemühle mit Mahlwerk zu einem unglaublich günstigen Preis von nur 39 Franken. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017